Hallo, großartige Doss Terafurtz, Megacommunity, seit vielen Jahren seid ihr uns treu und wir dachten uns, wir wollen euch mal was zurückgeben. Ja, endlich mal was. Mal was von Wert, von Herzen. Also was ähnliches haben wir schon mal in dem Paris-Video gemacht. Die älteren von euch werden sich vielleicht noch erinnern, das war damals, als es noch Schnee in Deutschland gab. Und jetzt haben wir hier wieder so ein kleines, feines... Ich zeig mal, was den meisten Wert hat. Ja. So ein Fan-Paket geschnürt für euch. Dann haben wir hier Haribo, wir haben hier ein Festival-Bändchen. Damit bin ich kostenlos aufs Highfield gekommen. Wir haben hier Sticker, wir haben hier Ohne Hübsche, könnt ihr euch dann angucken, den Einkaufszettel von dem Schuh. Ja, hier eine Hübsche. Oh, ich spoilere noch nicht. Ja, aber man muss doch sehen, dass das auch Bedeutung hat. Guck mal so. Oh, was? Ja, so guckst du da aber nicht. Nee, ist schon okay. Und hier noch ein gutes Feuerzeug. Nee, das Feuerzeug, das zerschlag ich jetzt hier. Wir wollen noch eine Explosion zum Schluss. Achso. Ein gutes Video endet immer mit einem Knall. So, und selbst dieses Schild, ja, in das wir das jetzt anwickeln... Das kommt alles hier rein. Selbst dieses Schild ist sehr wichtig. Das kommt nämlich in einem Video vor. Ihr werdet es wiedererkennen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hier, hier, halt bitte mal ganz kurz. Weil es soll ja auch noch was wirklich Persönliches rein. Da gehe ich jetzt hier mal ran. Ich bin nämlich so ein richtig altmodischer Typ. Ich habe nämlich ein Notizbuch. Und da mache ich jetzt hier die Notizen. Guck mal, Fallout. Ist schon durchgestrichen, haben wir schon gemacht. Reiß ich jetzt hier raus. Live. Live. Und kommt da mit rein. Wow. Wow. Das ist Community. Das ist Zuschauernähe. Und jetzt sagen wir euch, wo das versteckelt ist. Und wer zuerst hier ist, der hat es dann wohl, würde ich sagen. Und da oben kannst du schon mal hinfilmen. Oder wir gucken jetzt vielleicht mal wieder. So. Ja, wir sind hier in Erfurt übrigens. Oh, der hat der Sonneneffekt. Der ist ja gerade wunderschön. Oh, shit, Alter. Wenn hier ein Windschuss kommt, ist es weg. Da drin. Hier auf dem Parkhaus oben. Bei diesen Parkplätzen. Ja. Da ist eine Tür. Und da ist eine Tür. So. Habt ihr ein grobes Bild. Da ist so eine Kirche. Hier ist ein Kran als Orientierung. Und ich glaube, der Anger ist genau da. So. Das sieht man gut von hier. Und jetzt? Hier ist übrigens, hier kann man, konnte man damals parken. Hier kann man, das Clubzentrum ist oder war da früher dort. Ja, nach vorne. Also genau hier ist quasi alles. Ihr findet das schon. Jetzt kannst du das auf dem Boden zerschellen lassen. Dann endet das Video mit einem Knall. So, in drei, zwei, eins. Alter, es ist halt echt gerade an die Kamera dran geschnippt. Es ist halt echt hier dagegen gehauen. Ich hoffe, man sieht das. Das war eine Explosion. Wow. Das war so. Also, ich hoffe, das war das. Vielen Dank.